Ich kann doch hier jetzt nicht reingucken, wie eine Prima, wie die alle dastehen, wie die mich aufgelassen. Das hätt ich ja gestern sagen, sonst liegen es mir fast nicht gerutscht, dass mir das leid tut. Warum jetzt liege ich hier? Ich muss doch noch so viel tun. Wie ich bergauf ging und aus dem Talnebel in die Sonne kam. Das Feuer am Rand der Viehweide, die Kartoffeln in der Asche, das Bootshaus weit draußen im See, das Kreuz des Südens, der ferne Ostens, der hohe Morgen. Der große und leeren See, die Insel-Twister an der Kuhner, das Delta des Mississippi, Stromboli, die alten Hause Charlottenburgs. Albert Köln, das Morgenlicht, das Augenpaar des Kindes, das Schwimmer am Rostmann, die Flecken der ersten Kopf des Regens. Die Sonne, das Brot und der Wein, der Hüpfschritt, das Osterfest, die Ahren der Blätter, das wehende Gras, die Farben der Steine, die Kiesel auf dem Grunde des Bachbets, das weiße Tischtuch im Freien, der Traum vom Haus im Haus, der Schlafende Nächste im Nebenraum, die Ruhe des Sonntags, der Horizont, der Lichtschein vom Zimmer im Garten, das Nachtflugzeug, das Freihändig Radfahren, die schöne Unbekannte, mein Vater, meine Mutter, meine Frau, mein Kind.